Ihr habt riesen Moral gezeigt und habt 3 zu 2 gewonnen gegen die Kyrenser. Woran hat es gelegen? Aufgrund einer engagierten zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war eine Katastrophe, haben wir uns gleich zurückgelegt. Wir können vor sein, dass wir kurz vor der Pause noch einen Anschlusstreffer blockiert haben. Es scheint aufgrund der zweiten Halbzeit wieder ergeben zu sein. Wie weit soll das noch gehen? Jetzt habt ihr wieder gewonnen. Bleibt ihr jetzt da oben? Genau, gerne mit dem da oben bleiben. Allerdings kommen die tollen, schweren Spiele noch in 3 Wochen. Jetzt passen wir mit dem Haus und spielen vielleicht noch 2 weitere Spiele. Und ich denke, da werden wir dann noch sehen, wo wir stehen dieses Jahr.